Hallihallo! In den nächsten Episoden oder in der nächsten Episode werden wir sogenannte Image Views kreieren. Image Views sind Fenster in ein Bild, welches wir ja hier oben von der Swap Chain bekommen haben. Und mit dem können wir dann nochmal ein bisschen besser mit diesem Image arbeiten. Oder anders gesagt, wir können erst mit der Image View tatsächlich mit so einem VK-Image hier arbeiten. Aber wenn wir das in der nächsten Episode erst kreieren, was machen wir dann in dieser Episode? Oder naja, wieder gleiches Pattern, wir machen eine Create Info für das Ganze. Und zwar heißt diese Create Info VK, Image View Create Info. Und jetzt nenne ich zum Beispiel mal Image View Create Info. Dann machen wir hier noch ein bisschen was schöner. So, und dann gucken wir mal, was da drin ist. Und das kopiere ich am besten einfach mal raus. Und gehe dann im Code nacheinander über die einzelnen Felder drüber. Also dann hier Image View Create Info Punkt. So, S-Type, wieder Sinn, müsste klar sein. Das muss geschaltet werden auf VK Structure. Type Image View Create Info. P-Next, falls wir Extensions haben, haben wir aber nicht. Deswegen Null Pointer. Und Flex Future Use, deswegen Null. So, das Image, das hier ist ein bisschen, ja, ein bisschen eine Inkonsistenz meiner Meinung nach in der Vulcan API. Hier müssen wir jetzt nämlich tatsächlich das Image reingeben, dass wir die Image View dann kreieren wollen. Das ist komisch, finde ich. Also normalerweise ist es ja so, dass wir so eine Image View für, äh, oder, nein, Quatsch, so eine Create Info für verschiedene Kreierungsprozesse sozusagen benutzen können. Hier in dem Fall ist es aber nicht der Fall. Wir müssen hier jedes Mal entweder eine eigene Image View, äh, Create Info erstellen für jede einzelne Image View, oder wir nehmen eine und ändern dort immer wieder das Image, also das Image Attribut hier drin. Das ist ein bisschen komisch, aber gut, so ist es halt. Da werden wir auch in der nächsten Episode noch ein bisschen rumschalten. Hier in dieser Episode schalten wir das einfach mal auf Swap Chain Images an der Stelle Null. Aber wie gesagt, in der nächsten Episode müssen wir da noch ein bisschen was anderes machen. Einfach damit mal was drin ist. So, der View Type. Gucken wir mal rein, was ist denn der View Type? Das ist ein VK-Image View Type und das beschreibt, was für eine, was für ein Image wir hier haben. Ist das eine 2D-Textur? Das wird, oder, ja genau, das hier ist 2D-Textur. Das wird am häufigsten der Fall sein. Es kann aber auch sein, dass es eine 1D-Textur ist. Das sind dann so Farbverläufe oder sogar eine 3D-Textur, was man sich dann wie ein Video vorstellen könnte, wobei man das anders macht. Das sind dann nicht wirklich 3D-Texturen. Aber stellt euch einen Würfel vor mit lauter Pixeln, statt einfach nur eine 2D-Fläche mit lauter Pixeln. Das kann man manchmal brauchen, aber am häufigsten, wie gesagt, braucht man die 2D-Textur. So, und genau da werden wir das jetzt auch hinschalten, nämlich 4K ist gleich. 4K-Image View Type 2D. So, das Format hier müsst ihr wieder checken, ob das für euch wirklich so richtig ist, denn das ist genau das Format, welches wir hier oben eingestellt haben. Ja genau, hier das Image-Format für die Swap-Chain, Create-Info, 4K-Format, bla 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 bla. Da ist bei mir jetzt dieses Format, ihr müsst es bei euch checken, ob das wirklich unterstützt ist. Und ich sage hier To-Do Check-If Valid. So, Components und Sub-Resource-Range, die müssen wir jetzt nochmal aufklappen, denn wenn wir hier reingucken, das ist ein VK-Component-Mapping. Und das besteht wiederum aus vier unterschiedlichen Elementen, nämlich RGBA. Deswegen, ja, machen wir das einfach, ich kopiere das hier einfach mal, so, viermal, Punkt R ist gleich irgendwas, Punkt G ist gleich irgendwas, Punkt B ist gleich irgendwas und Punkt A ist gleich irgendwas. So, und was besagt das Ganze jetzt? Das hier sind sogenannte Swizzle-Operatoren oder Components nennt es hier, es ist nämlich nicht wirklich ein Swizzle-Operator, was das ist, kommen wir noch, wenn wir zu den Shader-Sprachen kommen, die Vulkan unterstützt. Swizzle bedeutet, ganz einfach gesprochen, dass wir Components oder Attribute miteinander vertauschen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, zum Beispiel alles, was im bisherigen Rotkanal war, in den Grünkanal zu schieben und andersrum vom Grünkanal in den Rotkanal. Das kann sinnvoll sein, wenn wir zum Beispiel monochrome Texturen machen wollen, das heißt einfach nur einfarbige Texturen, die so eingefärbt sind, wie zum Beispiel der Rotkanal war. Dann sagen wir, alles ist auf Rot, dann könnten wir sowas machen. Machen wir hier aber nicht, wir wollen einfach sagen, Rot geht auf Rot, Grün geht auf Grün, Blau geht auf Blau und Alpha geht auf Alpha. Und für das können wir benutzen hier Swizzle-Identity. Mal wieder Identity, heißt wir machen nichts damit. So, und das einfach hier überall reinhauen. Wie gesagt, ihr könntet theoretisch auch überall sagen, okay, das ist alles hier rot. Zum Beispiel, dann ist hinten in der ImageView, wenn wir da dann was wirklich rauslesen, ist alles immer, hat jeweils RGBA immer den gleichen Wert wie der ursprüngliche Rotkanal von diesem Image. Okay, für sowas kann man das brauchen. So, jetzt die Sub-Resource-Range, was ist das? Gucken wir da mal rein. Das ist hier, hat mehrere Attribute, gehen wir da einfach einzeln drüber. Ein paar braucht man hier tatsächlich nicht, das würde ich dann erwähnen. Aber das hier sind ImageView-Create-Info.sub-Resource-Range-Punkt und dann die einzelnen Attribute hier. So, das erste ist die Aspect-Mask, die beschreibt, was wir eigentlich damit machen wollen mit diesem ImageView, was sind die Daten da drin. Bei uns sind es wirklich einfach nur Farben. Wir können aber so eine ImageView, das kann theoretisch beliebige Daten beinhalten. Das kann sagen, wie tief drin diese einzelnen Pixel in der Textur liegen. Dann kann man da noch im Shader ein bisschen was rumrechnen, dass so ein bisschen ein Eindruck von Tiefe reinkommt. Oder wir können was mit einem Stencil-Bit, heißt, dass wir was ausschneiden können, also gewisse Pixel von einer anderen Textur dann ignorieren können, so Zeug. Aber wir machen einfach wirklich nur, dass das Farben sind in diesem Bild. So, das ist das naheliegendste und das braucht man auch, wie gesagt, am häufigsten. Aber manchmal braucht man auch die anderen. So, MIP-Levels haben eigentlich eine eigene Episode verdient. Ich bin mir nicht sicher, ob ich in dieser Serie das Ganze hier besprechen werde. Deswegen hier ganz kurz, was sind MIP-Levels? Wenn ihr euch vorstellt, wir sind in einem Computerspiel, in einer großen, offenen 3D-Welt, dann gibt es immer wieder Texturen, die ziemlich weit in der Entfernung sind. Und jetzt muss euer Computer natürlich herausfinden, was für ein Pixel soll ich da zeichnen, da an der Textur, die da weit weg ist. Und für sowas helfen MIP-Levels. MIP-Maps in diesem Fall sind kleinere Repräsentationen von dieser ursprünglichen Textur, wo sich der Computer ein bisschen schneller rausziehen kann, okay, der Durchschnitt der ganzen Pixel in der Originaltextur an dieser Position war jetzt das und das. Das ist so eine kleine Optimierung, da kann man dann, wie gesagt, Texturen in der Entfernung nicht die ganze Zeit flackern in unterschiedlichen Pixeln. Für sowas ist das gedacht. So, und das können wir hier jetzt einfach mal sagen, okay, wir machen aber hier mal zunächst mal kein MIP-Mapping, deswegen sagen wir, das Base-Level ist 0 und wir haben exakt ein MIP-Map, das ist dann also eine ursprüngliche Textur. Das nächste ist dann, das ist ein sehr, sehr großes Randthema, damit kann man sogenannte stereografische Texturen machen, das heißt, dass man fürs linke und fürs rechte Auge unterschiedliche Texturen hat, wenn man zum Beispiel irgendwas mit VR machen will, wobei VR das meistens dann nochmal ein bisschen anders macht, das hat dann mit den Texturen meistens weniger zu tun, aber man hat hier Möglichkeiten fürs linke und fürs rechte Auge jeweils unterschiedliche Texturen zu benutzen, machen wir aber nicht. Wie gesagt, das ist ein Randthema, deswegen sagen wir einfach, okay, wie viele Augen haben wir? Naja, wir haben 1, sagen wir mal, und was ist das Base-Level da? Das ist 0, also der Index, der Base-Index, das ist natürlich 0. Das könnt ihr euch so wie ein Array vorstellen, der Länge 1 und was ist da das erste Element, naja, an der Stelle 0. Genau. Und damit haben wir dann eine VK-Image-View-Create-Info erstellt und damit können wir dann die einzelnen Image-Views in der nächsten Episode erstellen. Gut. Gut. Gut.